Die beiden Brüder im Zusammenspiel. Das ist nochmal Motte, ein Querpass und das ist das 1-0. Schabaya, der Verteidiger, der vorgerückt ist, erwischt. Chezen mit einem sauberen Ablenker auf den Querpass vor dem Tor. Fünfte Spielminute, Cotteron führt mit 1-0. Im ersten Drittel mit der Packeroberung dann Lindgren, der an Berra scheitert. Das lässt sich nicht so schlecht an für die Davoser. Guter Pass vor das Tor und dann lenkt ein Freiburger. Ich glaube, Jim Slater ist es, diesen Versuch ins Netz ab. Keine Chance für Reto Berra. Beim Pack wird wahrscheinlich dann Berto Lindgren, der Pack, das Tor, wird Berto Lindgren zugesprochen werden. Giescher vor dem Tor, Frena und Meier, das ist, aber ist das denn Lindgren und das ist das Tor? Meier, Dario Meier dürfte es gewesen sein. Der die Scheibe am Schluss ins Tor buxiert. Fünftes Saisontor für den Zugang vom SCB. Kurz verwirrt, weil da mit Jannik Vrena plötzlich ein unverhofter Überzahlspieler auf dem Eis war in dieser Formation. Am Bühl, schöner Querpass, da verpasst, linker in den Abschluss aber Meier, der doppelte Meier. Haut gleich noch einen unten rechts ins Eck. 30. Spielminute, Dario Meier, zweites Tor des Abends. Moment, liefert man sich ein virtuelles Duell mit der ZDZL1, das ist Motte und Motte trifft 2 zu 3. Da kommt Gotterhoff früh wieder heran, sehr früh. 24 Sekunden sind die ZDZ. Drittel Nummer 3. Die Lasten sind nicht los, ja.